Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir überlegt für heute mal eine kleine Abendroutine für euch zu machen und zeige euch mal so ab, wie ein typischer Abend bei mir verlor. So, als allererstes erstmal einen Tee. Ich mache mir heute einen türkischen Apfeltee. So, jetzt setze ich es noch auf den Balkon und trinke meinen Tee. Und dann mache ich mich gleich mal fertig, schmink mich ab und ab. Aber erstmal trinke ich meinen Tee. So, ich bin jetzt im Bad und werde mich gleich mal abschnitten, und lasse mir die Kamera, diese Reinigung, das wir hier haben. So, ich bin jetzt im Bad und конц Guitte. So, ich bin jetzt im Bad. So, ich bin jetzt im Bad und wir ankleben abschalten. So, ich bin jetzt im Bad. So, ich bin jetzt im Bad. So, ich bin jetzt im Bad. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ciao!